2020 hat er gesagt ja hallo sonja herzlich willkommen agent vergessen was ist agent wir haben den den großen vogel vergessen kriegen wir nicht auch mit den kleinen die können doch auch anheben weil der große der ist so wahnsinnig schnell mit dem kleinen kriegen was nicht ja wer nimmt den großen ich nehme den großen ich flieg zurück ich hole den großen bin gleich da ich komme mit eigentlich unterwegs alles machen was du findest und könntest dass er hat schon gut ausdauer 800 zerquetschte das in geschwindigkeit vielleicht ein bisschen rein buttern obwohl den wollten wir eigentlich als esel nehmen noch er hat schon wieder vertan ich sehe du hast überhaupt keinen plan wo du hinfliegen willst jetzt unser haus warum fliegst du dann so wild durchgegen habe eine schleife geflogen weil der tower gesagt hatte ich darf noch nicht landen aha na dann komm mal her mein großes vieh so ja ich habe jetzt ein level ab soll ich das in movement speed rein buttern oder was hat er denn überhaupt also movement speed hat er 100% weight hat er 407 stamina hat er 825 und health hat er 580 so dann soll doch mal sollen doch mal die leute hier sagen was denn jetzt am sinnvollsten wäre also wir wollen 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 milchsau haben was ist am besten am anfang zu skillen cool alex dass du noch da bist ein wenig mal gespannt was die leute sagen ja so große umfrage die leute sagen an was ist das sinnvollste und dann brauchen wir noch zwei vernünftige namen für die beiden wölfe mein wolf wenn es ein weibchen ist heißt es luna pat und patterchen oder so werden nein wolfs weibchen heißt luna definitiv dann geht auch nichts drüber und wolfsmännchen heißt daco bei mir daco 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 also der ist jetzt level 19 der kann bis 100 gehe ich mal von aus weil wir können auch bis 100 ich weiß es aber nicht naja der kann wahrscheinlich mehr weil wir haben doch ja stimmt der kano ist ja schon mein schark ist auch level 111 oder so also ja also wir haben noch reichlich level also das ist auf jeden fall also sie würde ihnen bis 120 movement speed ja bis 120 prozent ja ja okay und dann leben und der match aber wir wollten ihn doch als packesel haben ja nur da sagt sie auch wer eigentlich sinnvoll ne eigentlich 57 level plus nach dem zehn wenn die sache noch mal sind also wir haben hier unser freddy der ist level 129 machen wir den jetzt zum packesel was was sagt man alex alex sag mal an hier das ist schließlich dein namen schließlich dein name genau wollte gerade sagen genau was was wie möchtest du denn sein möchtest du ein packesel sein oder eine kampfmaschine sehr gut verkauft dicker sehr gut verkauft habe ich gepackt ja also super gemacht also war alles da der exitus gamer der exitus gamer schmeißt hier immer ziemlich fette links ein ja der hat gerade den link gebustet ja der link ist ziemlich cool willst du den mts haben ich seh ihn doch auch achso warst du mobot offen ich brauche mobot nicht auf ich kann das auch so sehen ja ich nicht ja alex ja so alex dann sag was epischer packesel oder kampfmaschine genau 3 2 1 los attacke go 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 wir können ja schon mal losfliegen ja wir brauchen wahrscheinlich eh genug zeit ne ja wie gesagt wenn du unterwegs was findest dann kill ne oh der taste drücke ja ich weiß ich versuche nur gerade so startbahn war nicht frei so ich mach uns mal hier die taschenlampe wo bist du in der taschenlampe also 120 movement speed ist ja unstrittig ne das sollte er ja auf jeden fall haben ja gut das kann also da kann es auf jeden fall punkte reingeben ja ja ich habe jetzt schon 102 movement speed gleich viel schneller jetzt muss ich mich hier richtig festhalten wo bist du denn dicker neben dir achso bin ich gleich über dir kommt am server an diese neue dimension ist nichts für dich ne ne so mit höhe und tiefe und so also kommt an kommt am server kommt auf dem server an wenn du neuner teams und der bekommt vielleicht noch plus drei level dann ist er zwölf dann kommst du auf dem server an wie viel plus level frei sind wenn es jetzt zum beispiel 100 sind ist er ist das ganze 9 plus 3 plus 100 zum beispiel fragt mal im chat wie viel plus level die dinos bekommen können kurze frage wie viel plus level können mein gott können die dinos hier willkommen so funze wo bist du ja lass mal zu der grünen funze fliegen grüne funze immer gut grüne funze immer gut weiß ich zwar nicht aber ich sag das jetzt einfach mal 95 und t-rex 150 also wir haben das hier von viech zu viech eingestellt frag mal nach und was der truht hat oh nö echt jetzt er sagt doch 95 wir haben jetzt ein paar mal uns gewaschen hier zwangsläufig naja und die ameisen haben es halt ein bisschen schwer hier hoch in die luft zu kommen ist da land oder meins 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 ja ja ist da land oder sumpf ich mach mir nämlich gerade was um was anderes sorgen hier ist ein fetter kroko komm mal her hier und mach das kroko weg ja da muss ich warten soll ich achte aber da drauf ne auf dein stamina so das ist ein level up eigentlich jetzt schon gekriegt haben ja hab ich mach mal auf ne mach mal auf also ein kompost bin haben wir gekriegt ein small crop pilot stone stone ich nehme das mal einfach alles mit ne ja hauptsache du kannst dann auch noch fliegen ja ja boah wieder erschreckt ohne ende so an sich hier lang in norden drop 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 ach ich dropp den scheiß dr weed äh valira ist unser profi hier auf dem gebiet ja mit welchem level haben wir den bekommen den vogel äh level 16 level 16 ja einfach nach max level zurück rechnen so weiter ja dann gib mal gas du müsstest ja jetzt schon bei 110 dann müsstest du schon sein ne 105 hast du in was anderes noch reingestellt oder aus nein du warst aber doch wo wir los geflogen sind war der level 6 dann und jetzt ist er level 21 kann ich nichts für kann ich nichts für ist so ja kev äh du musst dir den server mieten weil aufm also du kannst es nicht auf deinem rechter laufen lassen aber kann er schon ja nur kommt immer drauf an was er für eine anbindung hat und so noch als normal sterblicher jedenfalls als normal sterblicher jedenfalls guck mal hier unten stopp stopp komm mal runter hier wo denn guck mal hier das gebäude nein guck mal hier dicker gerade runter einfach aufm fußboden komm einfach runter ja boote ja guck mal hier hütte schildkröte da mach die schildkröte weg ja mach die schildkröte weg drück einfach einmal tab äh nicht tab einmal lernen unter dass du landest und dann hackst du einfach so auf den einen wieso macht der nix du machst doch was tu es ne mach da nicht flieg hoch flieg hoch flieg hoch flieg hoch manchmal geht das nicht ne man kann so nicht angreifen das ist ja krass die schildkröte schildkröte die schildkröte schildkröte weil bei dir kommt ja dann immer erst das oh shit am ende ist mein persönlicher lag ja level up ja F drücken einfach ne 107 107 bin ich jetzt 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 Vielen Dank.